Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 und das hier ist das erste Let's Play von mir, Toasty Let's Plays oder was auch immer, einfach nur Toasty oder Delta wie in Minecraft und ähm, ja, ich starte mal die neue Kampagne und wir werden sehen, was das Spiel so gibt und neue Kampagne starten, auf normal. Ja, ich liebe Ballerspieler, es wird ein richtig gutes Let's Play und wir werden sehen, was es so gibt und bam, 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 boom, tot, genau. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. So, nach diesem spektakulären Sprung geht es jetzt los in die Metro und Terroristen oder was auch immer haben diese Metro übernommen und wir schreiten leicht zu Tat, um diese Metro von bösen Terroristen zu befreien. Yo, hallo Herr Terrorist, bam, you are dead. Ich bin so gut. Ist auch so schwer der Anfang. Und ich bin so gut, ist auch so schwer der Anfang. Und ich bin so gut, um diese Waffe zu nehmen und Shotgun for the win. Yo. Bam, und bam, voll ins Face und flieg. Flieeeeg! Ja, schon geil. Hallo. Oh fuck. Bombe. Und wir springen aus der Metro raus. Und Leertaste und Schakabäm und Boom. Oh fuck. Das ist jetzt unrealistisch, dass ich überhaupt noch hier hängen kann. Aber scheiß drauf. Wir pressten jetzt die Leertaste ganz schnell, um hier raufzuklettern. Wir werden sehen, ob wir diesen Typen aufhalten können. Naja. Ich werde ihn aufhalten, weil ich cool bin. Und weil ich natürlich drauf habe. Und verricke. Wow. Diese Zeit du warst einfach Spiel. Das muss man zugeben. Es ist einfach ein sehr geiles Spiel. Ich finde es auch einfach eigentlich mit einem der besten Ego-Shooter, die es gibt, weil man einfach alles zerschießen kann, worauf man Bock drauf hat. Und sehr viel tun kann. Auch die Steuerung ist ziemlich geil gemacht. Auch das ganze Spielprinzip. Ich muss das Spiel echt loben. Aber naja. Bam. Er ist tot. Sprengstoff. 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 Nein, ich bin nicht alleine. Ich bin auch noch da. Ich steuere den Typen. Ja, wie ihr sicherlich merkt. Ich habe das Spiel natürlich schon mal durchgespielt, weil sonst würde ich ja nicht let's playen. Aber naja. es ist ja auch nur zum amüsieren und spiel angucken und was weiß ich da und mir interessiert da noch ob ich das spiel gespielt habe oder wenn oder nicht daher ist auch egal ich werde jetzt erstmal leute erschießen weil es bock macht das ist der sinn vom bett viel drei ich hasse ladebalken acht stunden zuvor ist das besser? ja, wer sind wir? und hier echt? guten morgen, Sergeant Blackburn wann werden sie mir verraten was hier vorgeht? vor 18 stunden erhielt ich einen anruf von der homeland security dass ich mit einem inhaftierten marine reden wolle wegen eines terrorkomplotts in new york der marine behauptet er habe informationen wie das aufzuhalten sei das beste daran er behauptet es passiere heute hier wären wir also hallo marine anders gesagt sie sehen aus wie ausgekostet danke wer ist das? du fettes schwein das ist er, sorry und sie glauben immer noch er plant einen anschlag hier in new york warum? weil er es sagte ich habe die akte gelesen er will nur seinen eigenen arsch retten und hat keine ahnung was er will warten sie fern sie zu danach können sie mich immer noch beerdigen wir müssen sie nicht beerdigen sie sind schon tot er weiß nicht was wir wissen wollen wir liegen gut in der zeit ich gehe dieser spur nach und sie werden uns jetzt helfen licht in dieses szenario zu bringen ihre kooperation hilft ihnen vielleicht sogar aus der scheiße in der sie im moment bis zum hals stecken aber du bist doch die scheiße nur ein paar Fragen beantworten Sergeant Blackburn verstanden? stinkt hier wann hörten sie zum ersten mal von Solomon und der PLA? vor neun Monaten apparation Swordbreaker irakisches Kurdistan ok ich bin ganz froh also wie ihr seht ist das ähm das alles erzählt was er so erlebt hat und ja quasi diese Erzählung ist die Story von der Kampagne ja und wie spielen wir jetzt nach sag das lange klinge Lied geh und sag das Midnight Rider sag das Rambler der Gäbler der Backfeiter oh yeah es wird bereits drei Kinder für den Schülern überklicken die Demokrationslinien in zwei Minuten auf verstanden yo hat noch jemand null durchblick was wir hier machen? spiel nicht immer den scheiß Hippie Montez ich sag ja nur wenn es richtig die PLA geht es auf mehr im Iran sein nicht im Irak die kommen über die Grenze man die PLA sind die richtigen ok? richtiger wird's nicht Missfit 1-3 hier Missfit Führung hier wird's langsam brenzlig sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sonnenpunkt begeben 4-1-3 verstanden warum halten wir hier? unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich keine Ahnung Montez ok dann wollen wir mal ok los geht's vorwärts und los geht's ab in den Krieg da vorn müsst ihr rechts danke habt ihr euch mal gefragt warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? ja es geht hier echt immer Scheiße ab hier werden Bomben gezündet Menschen getötet Menschen vergewaltigt Menschen getötet ach ja und Menschen getötet es ist wieder eine sehr sehr eine sehr sehr tolle Atmosphäre hier im Süden und bitte genießen sie das Wetter und viel Spaß im Battlefield 3 joa hallo Gottö hier gentlemen willkommen wie ihr wisst haben wir es mit PLA Rebellen zu tun die aus dem Iran rüber kommen die Lage ist sehr angespannt denkt immer daran dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind sondern nur die PLA um 09.30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren das einen möglichen USBV am Spinsa Fleischmarkt untersuchte und das ist eine ziemlich üble Gegend wir glauben die PLA steckt da mit drin ihr geht da rein sucht unsere Marines leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasseberg an ihr seid die schnelle Eingreiftruppe Männer ich vertraue darauf dass ihr das schafft und jetzt findet unsere Marines alles klar mal los Schwelle 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 Eingreif Bucke weißt du ach ach scheiß drauf das Wort vergessen mann nicht so schnell ich bin nicht so schnell ich bin ein alter Mann los jetzt werde ich erst schnell wenn du mich mal durchlassen würdest und Sprint oh yeah Olympic Laufduell Olympia Laufduell oder was auch immer ich kann halt nicht laufen ich bin doof hier ist doch kein Ziel Mann hier ist kein Ziel ich weiß immer wieder dass es da wo du her kommst keine schulen gibt bleibt zusammen boah was finde ich was was war das denn jemand soll dem Räumkommando sagen er soll die Munitionslager weiter wegpusten mein herz geht ziemlich große Querstraße viel freies feld ganz schön da kommt was ins wo und wo es vorbei ist immer diese Terroristen woher können sie sich eigentlich diese Autos leisten ja genau ich bin Black schließlich bin ich Passagen Blackburn damit man es ein bisschen erklärt und naja es ist jetzt erklärbar oder Black und Blackburn so ist fast dasselbe Exit kein einziger Zivilist mir gefällt gefällt das nicht ja Juuu also gut oder auch nicht ich schlepp ihn ja weg von daher muss er ja noch leben hoffentlich aber es war einfach nicht echt cool muss man echt sagen Granate Feuer in the hole wow fuck Jau explodiert einfach alles das ist echt mies richtig mies ah ich will nicht sterben das ist sehr bitter scheißkerl aus BÄM du entkommst du mir nicht oder auch doch keine Ahnung ob du entkommen ist dieses scheiß Rauchburg hat mir alles verdorben waaaaa los los hinter mir bist du okay? alles cool Patz auf Haus auf 12 Uhr erster Stock greif von den verpackten Ausdruck weg Jo verbündete kommen nach verbündete kommen nach verbündete kommen nach vorstelle das scheiß wir beide ab stirb 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 und du schießt ihr mich jetzt nicht mit einer Panzerfaust ab das lass ich mir nicht gefallen karecke du scheiß Terrorist haha du kannst nicht meine Mauer unterklären oder zu sterben alter voll wach ohne zu sterben alter all voll krass alter digar vosslern ich bring euch alle um ihr dreckigen Bastarde oooh nehmt mal diese Arabas die einen gibt einen Arabas im Netz die anderen Arabas sind Terroristen öhm obwohl ich gar nicht weiß ob das Arabas sind können auch Russen sein oder sowas bei solchen Spielen weiß ich mir irgendwie nie ob das Russen oder Arabas sind also zumindest im missbraucht Call of Duty und Battlefield 3 irgendwie immer Arabas und Russen was ich auch ziemlich rassistisch finde aber naja egal was soll man machen das Spiel ist gut also ist den Leuten egal da ist er er lebt noch er lebt noch jääääh hey rennt nicht ohne mich weg ich wollte ihm noch einen schönen Tag wünschen damit er den Tag überlebt Chefin, bitte sterbe mir nicht weg. Hab dich doch lieb. Boah, der blöde Sniper. Scheiß auf dem Token. Einfach rennen. Soll ein echtes Scheiß-Sniper sein, dass der uns einfach nicht treffen kann, aber egal. Es ist gut für mich. Okay, keine Arabas. Scheiß-Sniper. Scheiß-Sniper, kein Scharfschütze. Scheiß-Sniper, der nicht treffen kann. Noob, noob. Blankton, noob, noob. Scheiße, Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. So, und... Boah. Aber der ist echt miserabel. Der trifft echt gar nicht. Lunte. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Boah. Aha, wir leben immer noch. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rad. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? An die Wand. Black, warte bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Ich habe keinen Bock, die Aufnahme zu stoppen. In diesem Moment. Also werde ich gleich zwei Parts abspielen. Also nicht wundern, dass dieser Part einfach kein Ende hat. Wahrscheinlich werde ich bis zum Missionsende noch weiterspielen.